Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und ja, das eine Buch war anders wie erwartet und das andere Buch war leider nicht mein Fall und ja, wenn ihr wissen wollt, welches Buch welches ist, dann bleibt jetzt einfach dran und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Night School, Du darfst keinem trauen von CJ Doherty. Diese Bücher waren ja damals in aller Munde und sind ja auch sehr, sehr gehypt worden, wo die rausgekommen sind und ich habe die Bücher letztes Jahr von Annika zum Geburtstag bekommen, die ersten drei Teile, denn Annika ist auch ein sehr, sehr großer Fan der Night School Reihe und ja, habe gedacht, es wird jetzt endlich mal Zeit, diese Bücher zu lesen und habe mit Kathi und Ronja das Buch wieder zusammen gelesen in unserer altbewährten Lesegruppe. Hallo ihr beiden, seid gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Es hatte so einige Schwächen meiner Meinung nach, aber ich habe halt gehört, der erste Teil soll jetzt auch nicht der beste gewesen sein und die anderen werden besser und die Geschichte steigert sich noch. Deswegen werden wir auf jeden Fall weiterlesen und ja, ich bin auf die weiteren Teile gespannt. Ich komme jetzt aber erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Ellie und Ellie wird von ihren Eltern auf ein Internat gesteckt, nachdem diese nicht mehr mit ihr weiter wissen und nicht mehr Herr ihrer Sinne werden und ja, Ellie rebelliert und macht, was sie will und ihre Eltern haben einfach die Schnauze voll und stecken sie auf dieses besagte Internat auf Chimera oder Chimeria. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Internat ausspricht. Und dieses Internat ist ein sehr, sehr traditionelles Internat, denn auf diesem Internat gibt es keine Telefone, kein Internet. Es sind Computer verboten, Handys verboten. Es ist dort wirklich noch alte Schule. Man kann Briefe schreiben und man darf über die Direktorin mal mit seinen Eltern telefonieren, aber ansonsten ist alles andere strikt untersagt. Und ja, Ellie kommt auf dieses besagte Internat und findet das am Anfang erstmal ziemlich doof und merkt dann aber schon nach kurzer Zeit, dass sie sich dort doch eigentlich sehr, sehr wohl fühlt. Sie lernt auch sehr, sehr schnell Leute kennen und findet auch relativ schnell Anschluss. Und ja, eigentlich könnte alles so schön sein, wenn da nicht diese mysteriösen Vorfälle wären. Und ja, als dann noch ein Mod geschieht, der auf sie abgewälzt werden soll, ist das Chaos komplett und Ellie weiß gar nichts mehr. Und Ellie versucht dann natürlich herauszufinden, was da genau jetzt passiert ist, warum man es auf sie abgesehen hat. Und das ist es so im Groben und Ganzen, Rums im ersten Teil von Night School geht. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen schon ganz gut gefallen hat. Ich fand aber, dass die Handlung teilweise sehr, sehr verwirrend war. Es gab manche Stellen, die waren einfach unlogisch. Da waren einfach Logikfehler drin von der ganzen Denk- und Erzählweise her, meiner Meinung nach. Und ja, also die Handlung war nicht richtig rund. Für mich hatte das Buch, was die Handlung betraf, schon einige Schwächen und das ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Aber wie gesagt, ich bin trotz alledem gespannt, wie es weitergeht. Denn das Buch hat ein offenes Ende und es sind ja insgesamt fünf Teile dieser Reihe. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es mit Ellie weitergeht und was da noch alles rauskommt. Und ja, wie gesagt, Handlung war okay, hat mich aber jetzt nicht hundertprozentig überzeugen können. Genauso war es bei den Charakteren. Die Charaktere waren auch allem Großen und Ganzen okay von ihrer ganzen Art und Weise, von der Beschreibung her. Aber auch bei jedem Charakter war irgendetwas anderes, was mich genervt hat. Bei Ellie hat mich ihre Art manchmal einfach nur... Oh, ich hab echt nur so gedacht so, boah, Augenroll. Was soll der Scheiß? Was soll das Ganze? Ich raff es nicht. Und ja, also von Ellie war ich teilweise einfach echt genervt als Protagonistin. Was aber auch natürlich wieder daran liegen kann, dass ich fast doppelt so alt bin wie die Protagonistin. Und ich mich einfach manchmal in Jugendliche einfach nicht mehr so hineinversetzen kann. Also, ja, also entweder lag es daran mit oder wie gesagt, sie hat... Also ich vermute, dass es daran mit lag, aber sie hat mich teilweise einfach wirklich genervt. Genauso war es mit Carter und mit Joe und mit den ganzen anderen Charakteren, die es in diesem Buch noch gab. Und ich hab auch dann bei Ellie an einer Stelle gedacht so, bist du bescheuert? Wie kannst du jetzt einfach so sagen, ja, ist alles wieder gut? Also da ist eine Szene gewesen mit einem anderen Charakter, woraufhin sie dann ziemlich pisst auf den Charakter gewesen ist. Und ich hab das super nachvollziehen können, dass sie jetzt pisst auf den Charakter ist. Und ich hätte diesen Charakter auf den Mond geschossen, ganz ehrlich, wenn er das mit mir gemacht hätte. Und so 100 Seiten später, ja, komm, vergeben und vergessen, alles ist gut. Wo ich mir denke, hast du eine Meise? Ganz ehrlich? Ja. Also wie gesagt, es war ein bisschen schwierig mit Ellie und mir. Und wie gesagt, die ganzen Nebencharaktere hab ich auch nicht verstanden. Und, ähm, ja, also was die Charaktere betrifft, war es okay. Aber es war jetzt auch hier nicht ganz rund für mich. Und, ähm, ich hoffe, dass ich da, was das betrifft, in den nächsten Teilen das noch ein bisschen weiterentwickelt. Dass wir die Charaktere noch ein bisschen besser kennenlernen. Dass wir sie besser verstehen können. Und, ähm, ja, dass das nicht mehr ganz so unrund ist für mich. Ansonsten, was das Setting betraf, fand ich das mega cool. Ich fand dieses alte Herrenhaus oder was das jetzt auch immer war, was sie zu dieser Schule umgebaut haben, richtig, richtig gut. Ähm, ich fand die Beschreibungen auch gut in diesem Buch. Ich konnte mir die Orte gut vorstellen. Ich, ähm, konnte mir auch die Interaktionen in den Szenen eigentlich ganz gut vorstellen. Irgendwann ich hatte da wenig Probleme mit. Also das hat schon gepasst. Und, ähm, ja, vom Setting her war es auf jeden Fall mega cool. Und es spielt ja komplett alles nur an dieser Schule. Außer die ersten 50 Seiten, wo Ellie noch zu Hause ist, bevor sie dann auf diese Schule kommt. Spielt sonst ansonsten alles auf dieser Schule. Und, ähm, ja, vom Setting her hat es mir eigentlich echt gut gefallen. Ähm, was den Schreibstil betrifft, der war für mich ein bisschen eigenartig. Denn man liest aus einer Erzählerperspektive. Und, ähm, durch diese normalen Dialoge, die dann da irgendwie mit drin sind, war das teilweise etwas merkwürdig. Das war auch am Anfang, hieß es immer, die Eltern. Nicht ihre Eltern, sondern die Eltern. Und alle solche Sachen, also, da waren teilweise Ausdrücke drin, wo ich gedacht habe, boah, das würde ich so nie sagen. Ja, also, das würde mir so nie über die Lippen kommen. Und, ja, also, manche Ausdrucksweisen waren für mich ein bisschen merkwürdig. Und, ähm, ja, der Schreibstil war allgemein ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Also, der war jetzt auch nicht so hundertprozentig meins. Und, ähm, ja, also, ich hoffe, dass der zweite Teil dann etwas besser wird wie der erste. Also, es war ein Buch, wo ich sage, Kategorie, es war okay. Ich möchte weiterlesen. Es war jetzt aber kein Buch, was mich extrem umgehauen hat. Also, es war jetzt eine ganz nette Geschichte, so für zwischendurch. Aber ich kann aktuell diesen Hype um diese Reihe noch nicht verstehen. Aber ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall mit Kathi und Ronja da weiterlesen. Und, ähm, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht sage ich ja am Ende vom zweiten oder dritten Teil, boah, es ist so gut. Ich hoffe es irgendwie. Ich hoffe wirklich, dass das erste Buch so ein bisschen noch so ein Buch ist, wo auch die Autorin Osma zu ihrer Geschichte finden musste, wo das alles noch so ein bisschen unrund läuft. Und, äh, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es im zweiten und dritten Teil dann besser wird. Und ich werde euch auf jeden Fall berichten. Das zweite Buch für dieses Video habe ich auch letztes Jahr zum Geburtstag mitgeschenkt bekommen. Und habe es mit der lieben Kathi zusammengelesen. Hallo, Kathi! Und, ähm, ja, ich muss sagen, ehrlicherweise, ich habe das Buch die letzten 200 Seiten nur noch quer gelesen, weil es mich einfach genervt hat. Ich fand dieses Buch einfach so langweilig. Es ist irgendwie nichts passiert. Und ich fand es einfach so schade. Ich habe mir von diesem Buch so viel erhofft. Und ich habe so viele positive Stimmen zu diesem Buch auch gehört. Und habe dann einfach nur gedacht, so, boah, nee, es ist nicht dein Buch. Und zwar rede ich von Pandora, wovon träumst du? von Eva Siegmund. Und, ähm, ich finde dieses Cover immer noch wunderschön. Aber der Inhalt war einfach nicht meins. Ich würde eher sagen, dass dieses Buch eher wirklich für jüngere Leute, äh, als Zielgruppe gedacht ist. Ich meine, es ist ein Jugendbuch. Es ist mir klar, dass ich außerhalb der Zielgruppe liege. Aber ich denke mal schon, dass es eher für die jüngeren Jugendlichen sind. So wirklich ab 11, 12 würde ich dieses Buch schon eher in die Richtung stecken. Denn, ähm, ich fand die Spannung in diesem Buch nicht gut. Ich fand die Charaktere, die haben mich genervt. Und dann am Ende nur noch, ich habe dann nur noch gedacht, so, boah, Gott, werdet ihr heute nochmal fertig? Ich fand die Einführung mancher Charaktere einfach so schwachsinnig. Ich fand die Handlung einfach langweilig. Ähm, das Setting war ganz nett. Und auch die Beschreibungen in dem Buch waren ganz nett. Aber, äh, es war einfach nicht mein Buch. Ich habe einfach von dieser Geschichte auch was anderes erwartet. In diesem Buch geht es ja um Sophie. Und Sophie trifft auf einmal auf ihre Zwillingsschwester. Ähm, sie wusste nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat. Sie wusste nicht, dass sie von ihrem Vater adoptiert ist. Und somit bricht für sie erstmal in dem Moment ihre Welt zusammen. Und, äh, sie kann das alles erstmal irgendwie nicht verstehen. Und als sie dann auch noch erfährt, dass ihre Eltern beide tot sind und ihre Mutter ermordet wurde, ähm, ist das Ganze nochmal ein Stück weit komplizierter. Und Sophie versucht dann mit Liz gemeinsam etwas mehr über ihre Vergangenheit und ihre Eltern herauszufinden und stoßen dabei auf ein großes, großes Geheimnis. Und als Sophie anfängt, merkwürdige Träume zu bekommen, läuft das Ganze dann irgendwie aus dem Ruder. Und, äh, ja, dann gibt es dort noch diesen mysteriösen Sandmann. Und was der Sandmann damit zu tun hat, das ist es, worum es in diesem Buchschluss endlich geht. Also, es geht darum herauszufinden, was ist mit den Eltern von Sophie und Liz passiert? Und was steckt hinter dieser ganzen Geschichte? Warum haben sie bisher nie etwas davon erfahren? Und, ja, wer ist dieser mysteriöse Sandmann? Und warum träumt Sophie so merkwürdige Sachen? Und, ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mir von der Handlung was ganz, ganz anderes versprochen, einfach. Also, ich fand die Handlung im Großen und Ganzen okay, aber die Umsetzung war einfach nicht meins. Ähm, die Umsetzung war für mich einfach nur langweilig. Es ist für mich in diesem Buch keine Spannung aufgekommen. Es ist für mich in diesem Buch, was die Handlung betrifft, nichts Überraschendes passiert. Die war für mich komplett offensichtlich. Und, ähm, ja, es war, was das betrifft, einfach nicht meins. Und auch, was die Charaktere betraf, fand ich Liz und Sophie. Am Anfang war das mit Liz und Sophie noch ganz nett. Und am Ende war das für mich einfach nur noch ein Matsch. Also, die beiden haben sich auch, ähm, man liest aus der Sicht der beiden, man liest immer Liz und Sophie. Und am Ende konnte man überhaupt nicht mehr unterscheiden, wen liest man jetzt gerade? Ist es jetzt Liz oder Sophie? Weil die sich natürlich beide in dem Buch auch verändert haben. Aber am Ende waren die irgendwie so gleich. Und keiner hatte irgendwie mehr noch besondere Merkmale, die ihn von den anderen abgehoben haben. Und so war es für mich beim Lesen wirklich, als wäre es ein Matsch gewesen. Und das fand ich irgendwie richtig blöd. Und auch dieses Gezicke von den beiden. Ab einem bestimmten Punkt in dieser Geschichte zicken sich die beiden nur noch an. Und die eine ist eifersüchtig auf die andere. Und die ist wieder eifersüchtig auf die wegen dem. Und ich hab mir so gedacht, so Leute, so ein Kindergarten, ganz ehrlich, was soll das? Warum? Ihr versucht hier gerade einen Mord aufzudecken. Was soll das? Und auch die Einführung mancher Charaktere war einfach für mich absolut hohl. Dieser Sasch, der in diesem Buch noch mit drin vorkommt, der erzählt den beiden da mal kurz eine Geschichte. Er hat ihre Mutter einen Tag lang kennengelernt. Das hat für ihn sein Leben verändert. Und seitdem fand er die Mutter von den beiden ganz, ganz toll. Und er hat sie abgöttisch geliebt. Und... Hä? Er hat die Mutter einen Tag gekannt. Die haben einen Tag zusammen verbracht, als er noch ein kleines Kind war. Und das hat ihn so geprägt. Ganz ehrlich, das nehme ich nicht ab. Das war für mich absoluter Schwachsinn. Und das... Nee, das war für mich irgendwie alles so... Äh, nee. Erst hab ich gedacht, okay, da steckt doch bestimmt noch mehr da dahinter. Steckt es aber nicht. Und ich hab mir nur so gedacht, so ein Blödsinn. Und dann tauchte auf einmal noch der beste Freund von dem am Ende auf. Von dem vorher nie die Rede war in diesem Buch. Von dem man überhaupt nie irgendwas gehört hatte. Und die beiden vertrauen den natürlich blind. Und... Ja. Es war nicht meine Geschichte. Also, wie gesagt, die Handlung war nicht meins. Die Charaktere waren nicht meins. Vom Setting her war es ganz nett. Das Ganze spielt in Berlin, irgendwo in der Zukunft. Und auch diese technischen Aspekte, die in diesem Buch drin vorkamen, haben mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Mit diesen Ports, die man im Kopf haben kann. Und, ähm... Ja, und auch diese ganze Traumgeschichte, die dann auch mit eine Rolle spielt, was diesen Sandmann betrifft, fand ich auch sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, die Umsetzung war einfach nicht meins. Die war mir einfach zu langweilig. Die Szenen waren einfach teilweise zu langatmig. Und man hat einfach alles komplett kommen sehen. Da war für mich keine Überraschung in diesem Buch mal mit drin. Was den Schreibstil betrifft, die haben ja einen ganz schlichten, einfachen Jugendbuchschreibstil. Was ja auch völlig okay ist für diese Geschichte. Aber auch der Schreibstil konnte mich absolut nicht packen. Der war für mich jetzt nichts Besonderes. Es war ein, wie gesagt, guter Jugendbuchschreibstil. Aber es ist für mich nichts, was besondere Merkmale hat, der jetzt irgendwie aus der Masse heraussticht. Und ja, Pandora Hofenträumstu war einfach nicht mein Buch. Und ich habe auch, wie gesagt, am Ende habe ich es dann nur noch quer gelesen. Und hatte aber auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Also ich hatte auch kein Problem damit, wenn ich manche Absätze übersprungen habe, in der Geschichte weiter voranzukommen und nicht den Faden zu verlieren. Und das sagt meiner Meinung nach auch schon sehr viel für die Geschichte aus. Denn wie gesagt, plötzliche Wendungen und Überraschungen gab es hier nicht. Man hatte hier einfach Plot-Twists, die man immer kommen sah. Und wie gesagt, auch wenn man das Buch jetzt zum Ende hin nicht komplett durchliest und es querliest wie ich, verliert man nicht den roten Faden. Und ja, ich habe es jetzt durch. Ich habe es hinter mir. Dieses Buch wird definitiv wieder bei mir ausziehen. Und ja, es war einfach nicht mein Buch. Und zwar nicht meine Geschichte. Und alle Pandora-Fenster draußen, das tut mir leid. Aber es war einfach nicht mein Buch. Das waren zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und beide waren irgendwie nicht richtig rund. Wie gesagt, Pandora war so überhaupt nicht mein Fall. Bei Night School hatte ich doch relativ viel zu meckern. Und ja, wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und nicht vergessen, hier geht es um meine Meinung. Ihr dürft eine andere Meinung haben. Es ist doch völlig okay, wenn ihr anderer Meinung seid. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch nach einer schönen Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.